Was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mich riesig auf dieses Video gefreut, weil ich wollte das eigentlich schon im letzten Jahr produzieren. Sobald wir November haben, geht es los. Die Medien sind voll davon. Böllerverbot hier, Böllerverbot da. Jetzt haben wir es ganz kurz vor Silvester. Die Medien überschlagen sich mit irgendwelchen Meldungen. Die Deutsche Umwelthilfe ruft nach dem Böllerverbot. Die Polizeigewerkschaft will auch ein Böllerverbot. Und die Diskussion wird komplett unsachlich geführt. Und genau deswegen habe ich diese fantastische Videoserie produziert. Wir gehen wirklich alle Argumente gegen das Böllern, die immer wieder so genannt werden. Ich habe in meiner Pyrotechnikergruppe einfach mal gesammelt und wir haben mal zusammengetragen, was es für Argumente gibt. Und wir werden hier in dieser Videoserie Video für Video die ganzen Argumente durchgehen. Ich habe mir viel Zeit genommen, für jedes Argument ein extra Video zu produzieren. Und hier fangen wir jetzt direkt mit dem ersten Argument an. Damals, wo ich schon in jungen Jahren viel Geld ausgegeben habe für Feuerwerk, so das waren so, wo ich so 18 war, waren das bestimmt schon so um die 300 Euro. Das ist aber allerdings über die Jahre gar nicht unbedingt mehr geworden, weil ich jetzt ja nun auch Großfeuerwerker bin. Und ich selber meine eigene Knallerei, das ist gar nicht mehr so viel. Aber trotzdem haben mir immer Leute gesagt so, boah ist das viel Geld, 300 Euro, das geht ja einfach nur in die Luft. Und davon hast du ja gar nichts. Ja gut, und jetzt müssen wir aber, wenn wir so argumentieren, dass Feuerwerk eine Geldverschwendung ist, dann müssen wir eigentlich jetzt mal überlegen, was in unserer modernen Gesellschaft ist eigentlich keine Geldverschwendung. So, da können wir bei A anfangen und bei Z aufhören. Ich nenne mal nur ein Beispiel, weil sonst würde das Video ungefähr 10 Stunden dauern. Ich nenne nur mal ein Beispiel, ich kaufe mir ein schönes, schickes, neues Auto. Habe ich auch mal gemacht, Nissan 370Z mit über 300 PS. Alle haben mir gesagt, boah geiles Auto, darf ich mal mitfahren, super hier, super da. Und boah, ich habe nicht ein einziges Mal gehört, dass das Geldverschwendung ist. Obwohl ich, wenn ich das jetzt mit meinem Skoda vergleiche, den ich ja schon, das ist ja immer noch mein erstes Auto, mein kleiner Klöter-Skoda. Wenn ich das damit vergleiche, was ich für Unkosten mehr im Jahr gehabt habe, allein Benzin, die Reparaturen waren wesentlich teurer, der Wertverlust des Autos, das ist eigentlich das, was alles toppt. Das sind ungefähr 7000 Euro im Jahr gewesen mit allem drum und dran, was ich jetzt mehr bezahle als mit dem Skoda. Das heißt, mit einem modernen, neuen Wagen, wenn der noch nicht mal so irre teuer ist, es gibt ja natürlich noch viel, viel teurere Autos, das heißt, ich verbrenne damit so ungefähr 7000 Euro im Jahr, das ist natürlich eine ganz andere Summe als 300 Euro. Und das, wie gesagt, für ein neues Auto. So, und jeder hat ja, jeder Mensch hat ja seine persönlichen Werte, seine persönlichen Vorlieben, seine persönlichen Hobbys. Und deswegen kann man überhaupt nicht sagen, dass Feuerwerk Geldverschwendung ist, ganz im Gegenteil. Das ist eben ein Hobby, das macht vielen Leuten Freude, mir macht das riesige Freude. Ich freue mich da schon seit, ja, meistens so im Dezember fängt die Vorfreude an, jetzt ist sie mittlerweile schon auf dem Höhepunkt. Wir haben ein paar Tage noch, dann ist Silvester. Für mich ist es das wert, ich habe da Spaß dran und ich gebe das Geld dafür gerne aus, auch wenn es danach alles verschwunden ist. Kommen wir zu einer Sache, die vielleicht wirklich Geldverschwendung ist, aber das kann ich selber nicht beurteilen, da ich selber nicht zu dieser Gruppe dazugehöre. Nehmen wir mal die Raucher. Eine Schachtel Zigarette kostet mittlerweile, ich weiß das nicht ungefähr, aber 10 Euro. Wir rauchen 365 Tage im Jahr, also so wie einmal im Jahr Silvester. Wir rauchen bis dahin und verbrauchen aber das Geld übers gesamte Jahr. Schachtel Zigaretten 10 Euro, 365, knappe 4000 Euro, weil wir rauchen am Wochenende ja nochmal ein bisschen mehr. So, das ist natürlich eine ganz andere Liga als ich gebe 300 Euro aus für Feuerwerk. Und ich bin ja auch unter Feuerwerkern und unter Feuerwerksfans viel unterwegs und da kenne ich auch welche, die geben auch 1000 Euro aus und vielleicht auch 1500 Euro und vielleicht auch 2000 Euro. Das klingt jetzt total bekloppt und total geisteskrank. Aber wie gesagt, jemand der raucht, dem sagt man nicht nach, dass er geisteskrank ist, weil er 4000 Euro im Jahr dafür ausgibt, dass er schwer krank wird irgendwann. Dafür, dass er aus dem Mund stinkt, dafür, dass die Zigarette natürlich nach dem Rauchen auch weg ist. Ja, wie gesagt, er setzt dabei übrigens auch Feinstaub frei und diese ganzen anderen Sachen, aber da kommen wir natürlich noch bei den anderen Argumenten drauf zu sprechen. Wir sind jetzt wirklich nur beim Thema Geldverschwendung und wenn ihr dieses Video kommentiert, bleibt auch bitte nur bei dem Thema. Zu den anderen Themen nehme ich natürlich die separaten Videos auf. Und ihr seht schon, dass jeder Mensch seine eigenen Präferenzen, seine eigenen Hobbys, seine eigenen Befindlichkeiten hat und jeder Mensch gibt das Geld dafür aus, was er selber persönlich gut findet. Und ich finde, wir müssen in unserer Gesellschaft auch ein bisschen Toleranz üben. So, es gibt heutzutage immer mehr Menschen, das stelle ich fest, die haben ihr eigenes Hobby und alles, was die anderen machen, ist ganz doof und ist ganz blöd und das muss man am besten alles verbieten und das ist scheiße. Nochmal ein Beispiel, da wird ja immer diskutiert im Moment über das Tempolimit. So, mich persönlich betrifft das gar nicht, weil ich mit meinem Skoda sowieso nicht so schnell fahren kann. So, ich kenne aber Leute und die arbeiten im Außendienst, die sind darauf angewiesen, dass sie ein bisschen schneller sind, weil sonst kommen sie nie ans Ziel. So, und dann kann ich natürlich das verstehen. Mich selber ärgert das manchmal, dass mich Leute irgendwie mit 250 überholen auf der Autobahn, dann erschreckt man sich jedes Mal. So, aber trotzdem muss man jetzt nicht immer gleich danach schreien, man muss immer alles irgendwo verbieten. Und das ist wirklich so eine Sache und damit möchte ich dieses Video auch abschließen, ne, mit dieser Erkenntnis, Leute, seid ein bisschen toleranter in der Gesellschaft, akzeptiert auch, dass andere Menschen anders leben wie ihr. Und nicht anders. Und das ist wirklich so eine Sache, die wir manchmal wieder haben, und das ist ein bisschenonas